In unserer neuen Folge, Quarz-Oszillator. So, den machen wir hier, indem wir hier Konstrukte machen mit Quarzkistallen. Indem wir dann hier den Platten kommen können. Kabel. Kabel. Draht. Kupferbahn. Kabel. 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 Das Eisenplattenschrauben, ja bestimmt. Eisenplatte, Schraube. Eisenplatte, Schraube. Eisenplatte, Schraube. Eisenplatte, Schraube. Eisenplatte, Schraube. Eisenplatte, Schraube. Alles klar. Ja. Ich würde mal behaupten, Eisnerz ist hier oben Mangelware. Wie ich darauf komme, weiß ich auch nicht, aber... Mangelware. Ja. Da-da-da-da-dum-dum. Oh mein, ist das da unten? Okay. Jetzt blüht bei Speicher einmal ganz kurz hier ab, den R-Test, dann würde ich versuchen. Ganz Sterne zu hoch, was wir dafür brauchen. Troop-Motor. Gut, dann machen wir was anderes. Und zwar statt, dass wir jetzt dort hinten hinfahren, äh da das Eisen abhauen. Werde ich das mit dem Zug an Karren? Und zwar bestenfalls mit dem Öl Alufabrine, äh mit dem Hauptfabrik Alufabrik. Quasi von der Alufabrik mach ich das da runter. Bitte gehöre dazu, das ist ne gute Idee. Meine Nähe sind, glaub ich, eh Eisendinger. Die Felden, dann kann man es mit uns zurück hoch transportieren, wenn wir eh schon die Verbindung haben, damit die wenigstens genutzt wird. Später kann man ein Stück noch etwas näher nehmen, aber jetzt erstmal die. so. Sonst wird das nix, sonst sind wir da, machen wir da wieder so ein Förderband, dann bringt da nichts. Wir sind daran richtig doll, so glaube ich, die Kleider sind dafür so schön weitergekommen. Auf geht's. Okay. Das war's. Boom. Ich würde ja dann mal sagen, es hat jetzt ein Problem, das hat gar nicht geklappt. Oh ja, das ist gut, das hat zumindest eins. Ich finde es dann da hinten gleich wieder, finde ich nicht schneller als das. Ich finde es gut. Ach ja, das ist schön, Eisen. Okay, der braucht noch das, der Zug. Boah, Mk3 war so schnell am Anfang, jetzt fühlt sich das an, als wenn das nur Rentner Mk3 werden. Okay. 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 So, ins Göfte bitte nur geladen. Eisenerz, nur entladen. Eisenerz. 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 Obne einmal sehr abkett, hier einmal sehr abkett. noch mal hier vielleicht mal irgendein reines dazwischen ich glaube ich mach mal so automatisch mobile meine stück so 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 Was ist das? Das war's. Das war's. So. Vielleicht ist der andere Humphrein. 60, 120, 240, 360. Wer hat das Winz gemacht? Die Leute. Was sieht der so komisch aus? Der ist offen. So. 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 vessels. Ticket maflie. Jetzt mal. Das war's mir für nur für Nacht. Das war's mir für heute. 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 14. 2,5. 15. 15. Und 30. Dann brauchen wir hier auch noch 7,5. Wir machen hier statt 7,5. 08,07,5. 22,5. So. 28,0. 14,0. 22,0. 22,0. 23,0. 23,0. 25,0. 23,0. 23,0. 24,0. das eh nicht schneller geht damit stellen wir aber einen Rund her. Das ist schon mal eine krasse Leistung. hier auf die breite bahn nach da dann auch die super computer so aber dann war es dass dieser fahrer hat da rein bis zur nächsten fahrer